In der Nacht zum Samstag hat es im Bereich der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen eine Gartenlaube in unmittelbarer Nähe sowie ein Blockhaus auf der Farm in Flammen. Beide Gebäude wurden komplett zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf den Pferdestall konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.